Da kommt schon die des Moen rein. Ich wusste, dass die DDs hier auf dem Ocken im Wasser sind. Egal. Oh, die Gearing war tot oder was? Ja, ja. Okay. Scheiße, jetzt hier durchzufahren. Oh, Bismarck. Oh, mein Scheiß, Mattel hat auch ganz schön was gekriegt hier. Boah, 16.000 auf die Bismarckbreitseite. Der hat schon mal die Schnurze voll. Ah, da steht doch schon wieder irgendwas im Nebel drin. Ja, ja, ja. Der Smolch hätte nur noch drin. Wie hängt es raus? Oh, ja. Oh, ja. Das ist der Beste nicht jetzt. Ja. die Die Sekretärbatterie zerpflückt hier die Sitzbauer. Da tut es auch unter der Insel her. Das Moin habe ich mit dem vernichten entschlagen mit 3 Zieters rausgenommen. Ja, sauber. Und die Kutus auf das, die da im Nebel stand. Das ist nicht die Kutus. Die Kutus ist nicht der Kutus. Die Kutus ist abhängig. Die Kutus ist abhängig. Ja, wir fahren aber jetzt in die Richtung. Richtung B. Ja, Richtung B. Jetzt abdrehen, lass die Kutushof da wegfahren. Ja, das bringt jetzt hier nichts hinterher zu fahren auf die Kutushof. Das ist ein Torpedos. Ja. Ja. Na ja, sie kriegt Sekundärbatterie von mir. Ja, nicht von von dir. Oh, die ist raus. Sehr schön. Die Kutushof. 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 Zitadelle auf Mugami 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 Vielen Dank.